Hier unten sind Fäsche. Hier unten sind Fäsche. Ja, ist der Bus. Das war doch nicht meine Granate, oder? Das war doch nicht meine Granate, oder? Das war meine F1. Ja geil. No way. Alter, die sind so mad, ne? Oh mein Gott, ich glaube nicht, was ich gerade gemacht habe, Dennis. Siehst du, ich bin einfach ein Granatengott, ne? Das ist einfach... Du hast es live gesehen jetzt. Ich denke, was ist das so? Ruhig. Hey, wie gesagt, ich habe auch wirklich nichts laufen gehört, also... Wow, die hassen mich. Ja, schnapp dir auch was du kannst. Ich will nicht direkt looten, wenn du lootest eigentlich. Ja, ist richtig. Wow.